Meine Großmutter ist für ein paar Tage weggefahren, also hat sie mich gewählt, ihre Pflanzen zu gießen. Das habe ich natürlich gemacht und anschließend auch noch ein bisschen auf ihrem Balkon gechillt. Das war echt richtig gut. Ich habe beschlossen, eine Kette zu machen für die Pride am Samstag in Zürich. Wen sehe ich da? Schreibt das gerne mal. Und natürlich habe ich auch noch zwei Musik.